So, junger Mann, jetzt lernst du also, wie Hund anständig frisst. Beim Weihnachtsessen zum Beispiel. Also, aufspießen. Kontrolliere, ob dein Optiviser richtig sitzt, damit du dir am Anfang nicht die Augen ausstichst. Hä? Wie geht das? Konzentration. Was soll das? Das könnte man jetzt schön in zwei Hapsen runterschlingen. Aufspießen. Und dann vorsichtig von der Gabel fressen. Du darfst auch zwei aufspießen. Und immer schön das Schnäuzchen abwischen. Bei Pluto, das ist ja nur umständlich. Stell dich nicht so an, komm schon. Nee, oder? Sind die anderen ja auch solche Deppen? Ganz einfach aufspießen. Boah, das halte dich nicht auf, so ein Quatsch. Hier, probier mal zu fressen. Hallo? Nee, danke. Geht's nun. Hoffnungslose Tischmanieren. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.